Was ist Nasenkrebs? Nasenkrebs ist eine bösartige Erkrankung, die die Nasenhöhle, nämlich den Nasopharynx, betrifft. Auch als Nasopharynx-Karzinom bekannt, wird der Nasenkrebs durch Zellmutationen in der Nasenhöhle ausgelöst. Verschiedene Faktoren, darunter das Epstein-Barr-Virus, können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich Nasenkrebs entwickelt. Abhängig von der Einstufung der Malignität kann eine Kombination von Krebstherapien zur Behandlung von NPCs verwendet werden. Nasopharynx-Karzinom wird normalerweise erkannt, nachdem der Tumor ausreichend gereift ist, um Symptome auszulösen. Das abnormale Wachstum, das sich häufig im hinteren Bereich der Nasenhöhle bildet, kann mithilfe der endoskopischen Technologie erkannt werden. Ein kleiner, flexibler Schlauch, der mit einer Miniaturkamera ausgestattet ist, wird in die Nasenhöhle eingeführt, um den vermuteten Tumor zu bewerten. Wenn eine Biopsie feststellt, dass das Wachstum bösartig ist, können Bildgebungstests, einschließlich der Magnetresonanz-Tomografie, durchgeführt werden, um deren Einstufung oder Schweregrad zu bewerten. Wie bei so vielen Krebsarten gibt es keinen bekannten Grund für die Bildung von Nasopharynx-Tumoren. Laut vielen medizinischen Organisationen, einschließlich der Mayo-Klinik, ist das Epstein-Barr-Virus eine Erkrankung, die häufig mit einer Mehrheit der Nasenkrebsdiagnosen in Verbindung gebracht wird. Die regelmäßige Einwirkung von Luftschadstoffen wie Zigarettenrauch scheint auch das Risiko für Nasenkrebs zu erhöhen. Obwohl die Diagnose in den Vereinigten Staaten ungewöhnlich ist, ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Personen eine genetische Prädisposition für die Entwicklung von Nasopharynx-Tumoren aufweisen. Bei der anfänglichen Tumorentwicklung kommt es bei den Betroffenen zu einer verstopften Nase, die als allergieabhängig eingestuft werden kann, oder bei einer Erkältung. Manche Menschen werden plötzlich anfälliger für Ohrinfektionen oder entwickeln chronische Kopfschmerzen oder Tinnitus. Wenn die Malignität reifer wird, können sich episodische Nasenbluten entwickeln oder der Speichel kann blutig werden. Wenn der Nasenkrebs nicht diagnostiziert wird oder die Behandlung verzögert wird, besteht für das Individuum ein erhebliches Risiko für Komplikationen, einschließlich Metastasen, dh die Wanderung des Krebses über die Nasenhöhle hinaus. Einige Personen können auch eine überaktive Immunreaktion auf die Malignität entwickeln. Diese anomalen Immunreaktionen, die als paraneoplastische Syndrome bekannt sind, können die Funktion des Nervensystems beeinträchtigen und auf vielfältige Weise auftreten, einschließlich eingeschränkter kognitiver Funktionen und Muskelfunktionen. Die Behandlung paraneoplastischer Syndrome hängt von der Symptompräsentation ab und umfasst im Allgemeinen die Verabreichung von Immunsuppressiva und Antikonvulsiva. Die Strahlentherapie ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Behandlungsplans für jemanden mit Nasenkrebs. Direkt an den Tumor verabreicht, kann die Strahlentherapie eine Vielzahl von Nebenwirkungen auslösen, einschließlich Reizungen an der Verabreichungsstelle. Selten wird der Tumor operativ entfernt. Abhängig vom Staging des Nasenkarzinums können sich einige Personen auch einer anschließenden Chemotherapie unterziehen, um verbleibende Krebszellen zu entfernen. Bei intravenöser oder oraler Verabreichung kann die Chemotherapie ebenfalls mehrere Nebenwirkungen verursachen, einschließlich Übelkeit, Gewichtsverlust und Müdigkeit.